Schönen Weihnachten! 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 Hi! Heute ist Samstag! Ich bin lustige... ganz lustige Butter! Schönen Weihnachten! Schönen Weihnachten! Schönen Weihnachten! Lilla halvin, akta dig, akta dig, akta dig. Golden eye, golden shoes, that's just golden, that's all. My whales, my fish, I had some putzen. We don't go through, right? Joe, Joe, I can't. I'm going to fish. I've already got two. I love it. Where are we going? It's very gross, it's very gross. It's not that what we want. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch nie so etwas komisches erlebt. Hi, Monday morning. Tschüss. Es ist Hölle, es ist so kalt gewesen und jetzt ist Himmel geworden. Paradies. Sonne und das Wetter ist gut. Ich habe gefroren. Tschüss. Mein großer Gehecht. Tschüss. Tschüss. Min lebe hol. Lila vegetal, acta dey, acta dey, acta dey, acta dey, lila vegetal, acta dey, anashtaya dey. Ciao. Unterwegs nach oben. Guten Morgen. Darf ich vorstellen? Mein Huhn. Ich habe jetzt sechs Hühner. Und die Beine ist jetzt gelärmt. Jetzt pflege ich sie immer ein bisschen ein- und austragen. Und am Morgen kriege ich sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlegen, kann ich sie einfach nur ein bisschen nach vorne krabben. Komm, hoi. Komm, so. Zitzen und Blutzen. Und das ist Ferti. Hoi, Ferti. Ja, dann komm, so. Das ist der Ziss. Ich hab ihn mir angelt mit dir. Ich. Das ist heute ein nhữnger Typ gibts Würmer. Fürsingers at loro. B Tsimod. Der. Derочно in Ich habe so ein Süßen-BH, das ist so wie ein Kuchen-Ding und ich habe so ein Super-Tücher dazu, damit man das gut tragen kann. Hi, jetzt ist, oh jetzt muss ich schauen, was ich da sind, Löwen, Freitagabend, morgen gehe ich fischen, bin ich schon. Und wer kommt denn da? Meine Schildkröte, sind unterwegs im Garten, ist jeden, was Löwen sind. Oh, jetzt gab es jetzt die Blumen los, ganz schön, schön. Jetzt fahr ich Bus, hä? Vem kann segla för utan wind, vem kann röra utan norr. Busse all der Stelle. Busse und sock, tschüss. Hi, streetparade. Ich gehe jetzt an streetparade und Wetter ist schön, ich freue mich. Jetzt gehe ich das erste Mal auf eine spezielle Party. Ich komme dort nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt, ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute spannender, hä? Nein, nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder dem Kollegen. Okay. Nein, gib ihm, äh, zum Bissen, weisst du? Ja, jetzt haben wir wieder einen. Cool. Ja, jetzt habe ich einen großen, jetzt haben wir keine Sachen groß. So, das sind die schönen Zahner, ganz schnell. Oh, ist gut. Heißlinge von Regnskogen. Wie heißt es jetzt? Pris. 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 in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Tschüss. Ganz viele Schildkröten. Tschüss. Die schildkröten. Die schildkröten. Die schildkröten. Die schildkröten. Die schildkröten. Hier kommt die Schildkröten. Ich habe das Glaubkappen. Die schildkröten. Das ist ein Schildkröten. Das ist eine Schildkröten. Das soll i也是. Die schildkröten. Ich habe das nicht erlebt. Ich habe das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020